Wie bei dir was Gutes ist? Ja, keine Ahnung. Ich bin voll viel Gutes rum, vor der Rakete und so liegen Sachen. Ha! Oh, die ist so cool. Ich könnte gerne mehr. Ist das nicht mit dem unterirdischen Tunnel da? Keine Ahnung. Ich habe beim Grand Cumpane, aber die kannst du irgendwo rein. Ah, da kannst du irgendwo durchgehen, ne? Ich glaube irgendwas war da. Da haben sie sich am meisten erschossen. Geht da nicht runter. Wie unachtsam sie einfach war, oder? So geil. Scheiße, wie geil. Oh Mann. Hast du Jochke schon getötet? Ja. Ja, natürlich. Mann. Ist doch schwierig, weil Jochke generell leise ist, ne? Jetzt ist ja voll Gutes. Ich möchte einmal meine Katze ausprobieren. Einmal möchte ich die Katze ausprobieren. Ich liebe es. Twitter zu sein ist einfach das Beste überhaupt, ne? Was ist das? Ein Moment. Aha, okay. Kann man die echt rein. Warum hast du überhaupt ne Katze? Weiß ich nicht. Weil die süß fand. Ich weiß ja nicht. Die laufen da vor mir. Die ist rumgelegen. Was soll ich machen? Okay. Ich bin eh nur sein. Achtung! Jochi ist es! Jochi ist es! Toll. Ah! 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 Mann, was ist denn das für eine scheiß Waffe, eh? Ah! 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 Man, shit, ich hab meine Waffe weggeschmissen. Achtung, warte mal kurz, die hat nicht meine Waffe. Man, ich hasse ihn, ich hasse ihn. Du hattest ne Waffe. Nein, die hab ich weggeschmissen. Die haben falsche Tasche erwischt. Ich sehe sie doch hier neben dir liegen. Ja, das war eine Hand. Ja, mit der hättest du auch schießen können. Oh mein Gott. Na ja, natürlich. Es war einfach so schlecht. Mann. Ich hab meine Waffe weggeschmissen. Erstmal mein Schuss war voll den Arsch. Der war einfach für gar nichts. Der war einfach für gar nichts, der Schuss. Das war so... Das wäre echt eine gute Waffe gewesen. Oh Mario. Dankeschön für 500 Bits. Mario gönnt mir. Achtung, nicht schrecken. Nein, den mag ich. Danke Mario. Danke dir. Mega noise. Mega noise. Mega noise. Hallo. So, bekommen wir jetzt noch eine Waffe? Da geht's jetzt. Schon langsam habe ich das ja irgendwie im Blick. Was hast du im Blick? Oh oh. Komm nicht auf blöde Gedanken. Ist sie auch über dir? Ja? Ich weiß nicht wie er da bei mir ist anscheinend, weil wenn es du wärst, hättest du es gesehen. Aber er hat mir nichts getan. Dann wird es so sein, ja. Ja. Komm nicht auf... Ah! Arschloch. Arschloch. Endlich haben wir eine gescheite Waffe. Es ist so geil. Es ist so geil. Es ist einfach so, so geil. Mit dem Zug war schon geil. Und dann... Er kommt noch so rein. Und dann... Puck! Psch! Weg! Ich find den Zug so geil. Schon allein die Musik. Ding, 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 ding! Traitor! Ding, 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 ding! Es ist so geil, Alter! Ah! Mir tut die Kiefer schon weh. Es ist so geil. Alter, ist das cool. Ein Auge? Ja. Ein steiler Auge. Ein steiler Auge? Ja, hat er. Wer ist das? Jochi? Er wartet bis er Traitor ist und dann drückt er ab. Ja, ja. Toll. Wetten wir? Ja, ja. Es ist gefährlich. Er läuft schon wieder so ein bisschen zu mir zu. Nein, er geht weg. Okay, ich bin innocent. Ich sag mal, ich bin innocent, ja? Ja, ich auch. Jochi ist mit mir. Gibt wie ich auch einen? Jochi zielt auf mich. Das ist schlecht. Ich hab noch geguckt, wer da ist. Ja, 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 ja. Das sagen sie alle. 124... ...tuner? Okay, da war ich jetzt auch noch nie. Oh Gott, ist das ein Labyrinth oder was? Ich hab keine Ahnung. Irgendwo? Warte mal. Ah, das ist nur eine schwarze Warte. Ich hab Angst. Ich sehe das, ich bin gleich wieder tot. Ja, moin. Oh, okay, runtergehen, lass es. Runtergehen, besser lassen. Da verlierst du zu viel Energie. Energie? Wieso? Ja, Fallschaden. Kann man mit den Dingen fahren? Okay, der Traitor muss langsam mal Gas geben. Der Traitor hat noch drei Minuten. Oh, da ist jemand gewesen. Oder? Ne, hat mich getäuscht. Ne, da war niemand, das hatte ich gehört. Ah, da bin ich. Ah, da war vorher mal ein Absturz. Okay, deshalb ist der Blut. Neisser Deisser. Wir kommen langsam drauf. Warum ist er jetzt zu leise? Leibst du noch? Ja, ja, ich leb noch. Okay. Jochi, lebst du auch noch? Ja. Okay. Der Rest war jetzt einfach der Zug, ne? Kannst du sagen, was du willst. Ach man, ich komme da nicht mehr raus, so eine Scheiße. Geht nie unten in der Höhle rein. Das war's da komplett. Höhle, wie komme ich da runter? Ja, irgendwo ist so seitlich so ein Eingang, aber das würde ich mir nicht empfehlen. Oh Gott, Entschuldigung. Was war das jetzt? Oh Mann, was ist denn da raus? Was? Was ist das? Traitor ist vor mir gestanden. Ich habe immer einen Schuss gelegen, weil ich erschrocken bin. Aber der Traitor hat auch eine Traitor-Falle ausgelöst. Also eine Waffe. Wow, das vibriert. Wow, das vibriert. Ja, und hell. Wer ist denn der Traitor? Ich habe es nicht gesehen. Ne, ich nicht. Jochi war's. Oh yeah! Mann, das macht mich gerade echt fertig. Sitzt ihr da? Jochi? Jochi? Scheiße, wo ist denn der? Saris Hack? Mehr Saris tot. Nice! Ich wollte das Ding ausprobieren. Das Lichtschwert. Ah, da rollt's. Ja, ist so geil. So geil! Da kannst du Leute zu dir herziehen und dann aufrufen. Stimmt, Mario. Da hatte ich irgendwie Bock drauf gerade. Stimmt, Mario. Jetzt bin ich rausgekommen. Ich versuch's ja gerade hinten reinzustecken. Aber nicht. Was ist mit der Frau los? Aha, du kannst aber parieren mit dem Lichtschwert. Hm. Kriegst du ihn? Aber ne Shotgun kannst du mit der halt nicht. No. Na, da hast du keine Chance. Alter. Mich hat so unten gefasst, wo Jochi gekommen ist, sofort geschossen. Einfach aus Reflex, ne? Sofort einfach geschossen. Einfach, bam. Sofort. Voll krass. Und auf einmal geht die Partymucke los, ne? Warum schießen da schon welche? Ich. Weil ich gucken wollte welche. Wie die Waffe schießt. Scheiße. Ah, die geht. Die geht. Da finden wir mal was nettes. Boah, jetzt hat er das nicht im Kopf, ne? Ja. Dann fahren wir mal von dem Fertig. Alter, was geht ab? Aha. Jochi, nein. Boah. Scheiße. Wieso ist das so schnell gegangen? Warum hast du auf WDR geschossen? Ja, weil sie da hinten gesessen ist und das für mich halt so aussah, als würde sie echt gerade im Shop rumsuchen. Oh nein. So geil, oder? Ich gehöre mich in dem Scheiß-Shop ja gar nicht auf. Auferdach. Warte mal, Scheiße. Jochi hat mich erschossen, weil er glaubt, ich bin der Traitor. Ja. Jochi hat mich mit einem Zug gekillt. Ich hab gesehen, wie Jochi da drin steht und rumpalert und dann hab ich einfach den Zug reingeschickt, ne? Ja, ist das geil. Einfach... Ja, das ist ja voll schön. Warte. Der Zug ist einfach so geil. Also der Zug ist wirklich der Beste. Der Zug ist einfach der Beste. Ich liebe diesen Zug. Alter, schon allein die Musik, die macht mich fertig, echt. Alter. Wahnsinn. Okay, wir laufen nach vorne rum. Nicht gesehen. Nicht gesehen. Da ist Little Air. Oh Gott, was hat da so geknallt? Knallt? Wo knallt was? Little Air ist bei mir da. Ah, sie ist noch am Suchen. Ja, ich bin am Suchen. Ich schau mal, weil ich kenne die halben Waffen. Ich hab Angst. Ich hab Angst, da runter zu gehen. Ja, runter würde ich nachgehen, da findest du einfach raus. Was ist denn das Blaue? Was? Das ist lila, lila rauf. Jochi, warum hast du eine Katze in der Hand? Warum nicht? Ist das nicht eine Traitor-Waffe? Mir kommt vor, dass das eine Traitor-Waffe ist, oder? Nee, die liegt hier immer rum. Nee, nee, das ist eine Traitor-Waffe. Nein, die liegt hier immer rum. Ich glaub, dass Jochi Traitor ist. Ich mein, sie ist schon mal rumgelegen, muss ich schon sagen. Aber... Die liegt hier rum. Nee, 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 der zieht auch auf mich. Ja. Ich hab echt Schiss gerade. Ja, ganz klar, ne. Als Traitor hätte ich auch Angst. Was? Ich hab immer Angst, weil ich bin immer die... Ja, ich bin die, die was erschossen wird und gar kein Traitor ist und nachher der Traitor leichtes spielt. Ich hab gerade Jochi erschossen und er war nicht Traitor. Dann musst du Traitor sein. Wieso erschießt du Jochi? Er hat eine Katze! Da liegt aber noch eine Katze. Scheiss Katze. Ich dachte, er ist Traitor. Ich wusste es nicht. Entschuldigung. Zu mir leid, Jo. Also ist irgendwo ein Little R als Traitor unterwegs. Die Frage ist nur, wo? Da, ganz wo? Ja, moin! Bleibt sie einfach stehen! Mach! Ja, ich hab dich nicht gesehen. Ich wollte Waffe wechseln. Was mach ich mit deiner Shotgun? Ja, tschüss. Da hat er mich wirklich abgeschossen, der Sack. Ich dachte, er ist schlecht, weil er selber Traitor ist. Sackgesicht. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Du kannst dir einen Hut stecken. Es tut mir leid. Ich dachte immer, die Katze hat einen Traitor. Oh Gott.